Ja, damit ist nicht gerade anders. Du hast Hans und Hans, haben sie gleich mit zum Filmen? Ich glaube, bei der Onkel Hansi. Steuermach und Hans haben sie gleich mit zum Filmen. Ich habe meine Benamts. Warte, wann bin ich wieder gesund? Da, ich mich. Wann bin ich wieder gesund? Schau, was der Papa macht. Schau, was der Papa macht. Bin ich wieder gesund am Montag, Freitag? Ich glaube, ich bin wieder gesund am Freitag. Ich habe mich hier. Morgen ins Sonntag. Du bist ein Taschenkomontas-Papier mit Filmen. Und? Oder wo? Ich weiß es nicht. Was? Was? Du bist ein Taschenkomontas-Papier mit Filmen. Ich bin gewohnt, dass ich immer Filmen mache. Verstehen wir was geschafft? Ja. Ich mag... Es heißt Zunge. Warte mal. Zunge zeigen. Zunge zeigen. Alle sind verliebt in einem Eiweiß. Alle sind voll lieb. Und ich? Die sind schon traurig, wenn er geht. Die sind jetzt schon traurig. Im Kindergarten, wenn er in die Tür geht. Ich bin ein Tüge. Ich weiß es, was ihm Kindergarten hat. Was hast du vorhin gesagt? Ich meine, der Edo ist so lieb. Und der Fuß hat sich da oben. Edo ist ihm so lieb und so braub. Du bist schon von der Kinder. Da stößt die Kinder nicht in die Ohren. Nee. Der Fuß zerbaut. Ja, aber er hat seine Geschwister schon. Was hast du vorher gesagt? Ja. Ja. Aber er kann ein Eiweiß zwischendurch. Ja. Ja. Aber er kann ein Eiweiß zwischendurch. Er braucht die Kinder und der Kinder der Frust Khanna. Was ist es für?